im heutigen Sport im Osten-Talk. Ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der BFC marschiert vorneweg. Lok und Carl Zeiss Jena taumeln. Am Wochenende kann der Chemnitzer FC die Liga wieder spannend machen. Wir sprechen über das Duell des CFC gegen den BFC Dynamo und haben uns dazu den Chefcoach der Himmelblauen eingeladen, Christian Tiffath. Herzlich willkommen. Hallo. Christian, seit einigen Wochen sind Sie als Cheftrainer im Amt. Jetzt kommt der BFC, der definitiv schwierigste und stärkste Gegner, den Sie bislang hatten. Wie wollen Sie es angehen? Ja, wie wäre ich natürlich nicht verraten. Wie vor jedem Spiel. Also da macht das Spiel BFC. Wenn man natürlich versuchen, Schwächen beim Gegner zu erinnern, das sind wenige, aber wir haben versucht, zu auszupassen, auszupassen. Welche Schwächen haben Sie denn da ausgemacht beim BFC? Ja, auch das habe ich eigentlich in so einem Druck nicht gehört, auch nicht im Interview. Aber es ist natürlich schon so, dass der BFC eine extrem starke Offensive hat. Also die haben eben Schwächen, sind aber auch in der Lage, Durchbruchsspiele auch mit 1 zu 0 über die Zeit zu bringen. Durchbruch der BFC arbeiten. Das ist eine komplette Mannschaft, die völlig zu Recht auf Tabellen ansteht. Sprechen wir über das Personal bei Ihrer Mannschaft. Wie sieht es da aus? Können Sie aus dem Vollen schöpfen oder wie war die Trainingswoche in dieser Hinsicht? Ja, weitestgehend. Jakob Jakobow kann noch nicht im Anschluss-Training teilnehmen. Da gibt es wenig. Felix Schimmel ist eingestiegen diese Woche. Das komplette Trainingsprogramm. Christian Bickel war ja ausgemacht, dass er erst nach dem BFC-Spiel einsteigt. Da ist er auch voll im Plan. Und ansonsten kann ich uns im Vollen schöpfen. Sie selbst waren gestern im Bruno-Plache-Stadion, haben Lok Leipzig beobachtet. Die haben Sie auch noch vor der Brust. Also der CFC kann wirklich das Zünglein an der Waage werden in dieser Saison in der Regionalliga Nordost. Jetzt zunächst mal der BFC Dynamo. Sie haben es schon gesagt, Sie haben die beste Defensive der Liga. Sie haben auch die beste Offensive der Liga. Welche besonderen Hinweise haben Sie Ihrer Mannschaft mit auf den Weg gegeben, um dieser Offensivwucht, die der BFC entfalten kann, standzuhalten? Ja, wir machen ja unsere eigentliche Bescheidung erst immer einen Tag vor dem Spiel, wo es dann wirklich Videosequenzen gibt. Aber ich habe schon zum Start der Woche ein paar Dinge angerissen. Es wird natürlich extrem wichtig sein, dass man gerade auch einen eigenen Ballbesitz zu einem Spieler wie Christian Peck nie auf den Augen verliert, weil die Mannschaft des BFC weiß ganz genau, dass er fast immer in der richtigen Position ist, um den Tor zu schießen. Da sind meine Spieler schon, was das angeht, sensibilisiert. Aber es ist ja nicht nur Christian Peck. Sie sind, wie ich vorhin gesagt habe, offensiv sehr, sehr gut gespückt. Und auch wenn man das Durchschnitt sieht, eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft, die ganz genau weiß, wie man Spiele gewinnt. Und das wird eine extrem harte Muss. Aber nicht nur der BFC ist gut drauf, wir sind auch gut drauf. Und wir können Spitzenspiele gewinnen. Wir können Startengegner gefährlich werden. Das werden wir versuchen, am Samstag einen Überweis zu stellen. Wo wir gerade bei Ihrer Defensive sind, machen wir einen kleinen Exkurs. Einer Ihrer wichtigsten Leute in der Innenverteidigung, Tim Kampulka. Chemnitzer Eigengewächs steht für richtig Identifikation. Er soll, so war es gestern zu lesen, mit dem Halleschen FC in Verbindung stehen. Zumindest soll der HFC ein Auge auf ihn geworfen haben. Hatten Sie schon mit ihm darüber gesprochen? Planen Sie mit ihm? Oder wie ist da der Stand? Ja, gesprochen haben wir darüber nicht. Weil ein paar Jahre war ich auch im Profifußball unterwegs. Ich weiß schon, dass solche Dinge nicht unnormal sind. Und dass gute Spieler auch im Gespräch sind. Bei unserem Verein. Also das ist jetzt nichts Unnormales. Nichts, worüber ich dann mit meinen Spielern sprechen muss. Also ich habe nicht den Eindruck, dass Tim Kampulka schon bei einem anderen Verein dazukommt. Dass man auch nie weiß, wie sind solche Dinge zustande? Wer hat das vielleicht in die Welt gesetzt? Also das ist jetzt nichts, worüber man da eine halbe Stunde mit dem Spielern muss. Also das ist das Normalste der Welt. Dann gucken wir uns an, was da im Sommer kommt. Das Potenzial bringt er sicherlich mit, um auch in der dritten Liga zu bestehen. Als junger Kerl, der richtig Potenzial mit dabei hat. Sprechen wir wieder über die Partie. Im Hinspiel war es ganz eng. Da hatten Sie den BFC Dynamo am Rande der Niederlage. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit kassierte der Chemnitzer FC den Ausgleich. Inwieweit setzen die Gedanken an dieses Hinspiel und an diesen so späten Nackenschlag fürs Rückspiel kräftefrei? Ja, ich glaube gar nicht unbedingt. Ich glaube, das sind ja die Spieler, die wir jetzt in der Rücken gestiegen haben, die Kräfte freisetzen. Ich glaube, die Spieler haben gesehen, dass wir sowohl gegen tiefstehende Gegner als auch gegen Mannschaften, die in guten Fußballspielen in der Lage sind, Spiele zu gewinnen. Und das hat jetzt mit dem BFC-Spiel gar nichts zu tun. Das liegt auch zu weit zurück. Es war ein Spiel, das man durchaus gewinnt hat, aber auch das 1-1 war dann im Endeffekt irgendwo gerecht. Und der BFC hat die Chancen gehabt, wie wir auch. Das wird ein ganz anderes Spiel. Ich weise jetzt nicht darauf hin, was ist da falsch gelaufen oder gut gewesen. Da liegt einfach zu viel Zeit dazwischen. Kann man trotzdem zumindest in mentaler Hinsicht was aus diesem Spiel mitnehmen fürs Rückspiel, weil man gesehen hat, wir haben den BFC im Kreuz, wir können sie schlagen. Es hat nicht viel gefehlt im Hinspiel. Ja, das wissen aber auch meine Spieler von anderen Spielen. Wir haben jetzt gegen eine Mannschaft, die mit dem besten Fußball spielt, die Lückenweide, wirklich einen klaren Sieg eingefahren. Wir mussten uns gerechterweise gegen Alt-Klinik geschlagen geben. Auch gegen ein sehr, sehr gutes Team, die weit oben stehen, wirklich ein gutes Spiel offensiv wie defensiv gemacht. Also das sollte den Spielern Mut geben. Wir waren in allen Spielen, in unseren Mannschaften, die oben stehen, immer nah dran. Außer jetzt Alt-Klinik, es waren Niederlagen, die knapp waren, es waren unentschieden. Ich wusste, dass wir jetzt wirklich dann auch eine gute Serie hatten. Die wirklich deutliche Niederlage gegen Alt-Klinik sind dann aber wieder in die Spur gekommen, haben einen Pokalerfolg gehabt mit einem souveränen Auftritt. Also all das zusammen, das sollte meinen Spielern Mut machen. Nochmal, wir müssen das absolut respektieren. Ich habe gesagt, das ist der Spitzenreiter, der das völlig zu Recht ist. Aber ich sehe jetzt in dem Spiel keinen Favoriten. Jetzt haben wir viel über diese Partie gesprochen. Werfen wir den Blick nochmal aufs große Ganze beim Chemnitzer FC und bei Ihnen persönlich. Sie haben vor einigen Wochen als Cheftrainer übernommen von Daniel Berlinski. Wie ist jetzt Ihre aktuelle Stellenbeschreibung? Sind Sie noch Interimstrainer oder schon Cheftrainer? Und vielleicht noch wichtiger, wie geht es darüber hinaus weiter über die Saison? Ja, ich weiß nicht, als was ich bezeichne. Also ich habe aktuell zu verantworten. Von daher gehe ich davon aus, dass ich jetzt nicht Interimstrainer, sondern eher Cheftrainer bin. Aber auch das, das spielt für mich gar keine Rolle. Wir haben vor einem Monat gesagt, wie der weitere Ablauf für mich sein wird. Daran hat sich nichts geändert. Ich bin jetzt einen Monat dabei. Der Verein wollte mir irgendwo eine Möglichkeit einräumen und eine Chance bieten, mal zu zeigen, wie ich in dieser Rolle als Spieler agieren kann. Und alles Weitere ist ja Sache der Vereinsführung. Also nichts, was ich wöchentlich oder täglich kommentieren muss. Das heißt aber grundsätzlich, wenn es nach Ihnen geht, möchten Sie gerne auch über die Saison in dieser Funktion weitermachen und den CFC vielleicht dahin führen, wo der BFC aktuell steht? Ja, ich habe ja nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich extrem gerne bei dem Verein arbeite. Aber nochmal, Fußball ist kein Wunschkonzert. Ich kann jetzt hier Wünsche äußern. Ja, ich will so und so lange bleiben und so und so viel Saison Cheftrainer sein. Das habe ich ja letztendlich nicht zu entscheiden. Und Fußball ist ein Ergebnissport, das weiß ich. Es zählt manchmal wenig, was man so unter der Woche macht. Wenn die Ergebnisse dann nicht stimmen, dann ergibt sich das meiste von selbst. Aber stimmen die Ergebnisse, ergibt sich auch das meiste von selbst. Und ich bzw. ich mit meinem Trainerteam in der Mannschaft, wir können daran arbeiten, dass wir gute Ergebnisse haben und alles Weitere, was man zu gegebener Zeit zählt. Dann sind wir gespannt, ob Sie vielleicht schon am Wochenende gegen den BFC Dynamo weitere Argumente sammeln können. Christian Tiffert, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße nach Chemnitz. Dankeschön. Also der CFC will dem BFC ein Bein stellen und somit Lok Leipzig und dem FC Carl Zeiss Jena wieder die Möglichkeit geben, vielleicht doch noch ganz vorne anzugreifen und den BFC Dynamo noch abzufangen. Das Ganze sehen Sie am Sonnabend live bei Sport im Osten ab 14 Uhr Chemnitz gegen den BFC. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Wir sind gespannt, ob der Aufstiegskampf nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Bis dahin, genießen Sie die Woche und dann sehen wir uns Samstag. Ciao. Vielen Dank.